Ich bin im Fassgang. Bist du schon drin oder was? Ah? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin doch bei Awaiting Session Start. What the fuck? Echt? Ja. Ja, da rennen schon alle andere Leute rum. Dann siehst du mal, wie behindert er sich. Der ist voll krass unterwegs. Ja, ich bin da. Bin das wie du das? Alter, was bist du? Ich bin drin. Alter, what the fuck, Alter. So instant, direkt vor deiner Fresse oder was? Ist ja geil. Also ich hab da fast Magazine nicht reingepumpt. Holy moly. Alter, das ist mein Weihnachtsgeschenk von Unity Media, dass ich jetzt noch mehr Probleme hab bei Tarkov und noch nicht streamen kann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Escape from Tarkov Video. Alter, das ist schon 38 Minuten und ich bin grad erst rein. Ja, egal. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Unity Media, danke. So wie sind wir auf der Factory unterwegs und hoffen, dass es jetzt mal zumindest weiterhin vielleicht ohne Packet Loss funktioniert. Ich geh mal direkt oben auf den CatDraw. Und ja, wie ihr im Titel vielleicht gelesen habt, ich wollte es eigentlich in einem Stream verkünden. Jetzt ist halt so, heute ist der 24. und wir wollten grad Stream starten und ich wollte eben einen Giveaway raushauen, weil halt heute Weihnachten ist. Ähm, leider ging das nicht. Dazu vielleicht später oder auch gar nicht. Wer weiß. Aber ich werde auf jeden Fall hier in den Kommentaren von den Videos, also ihr müsst einfach in die Videokommentare reinschreiben. Weiß nicht. Hashtag Weihnachten. Und dann verlose ich unter einem, wo da drüben geht richtig Disco. Das ist glaube ich einer mit einer AK oder irgendwas. Also schreibt in die Kommentare Hashtag Weihnachten. Dann verlose ich unter den Kommentierenden eine Escape from Tarkov Standard Edition. Also ein Geschenk, Gutschein, äh, kein Key äh, oder bestehender Account, sondern einfach den Code, den ihr dann auf der Webseite könnt ihr euch registrieren. Escapefromtarkov.com Registriert ihr euch und dann könnt ihr den Code als Promo-Code eingeben, redeemen. Und dann habt ihr die Standard Version, könnt ihr den Browser runterladen und losspielen. Ich denke mal jetzt gerade in der Zeit und, ähm, sind viele auch unterwegs, die jetzt das Spiel noch nicht haben. Auch jetzt vielleicht noch die jetzt, ähm, noch warten auf die Open Beta. Ich bin oben beim dritten Stockwerk am Baumdurchbruch, hab grad einen Scaff erledigt bei Holz. Ah, ich steh mal durchs Bad durch. Ja. Oben ist relativ ruhig. Ja, ähm, also wie gesagt, ich denke gerade sind viele auch unterwegs, die jetzt vielleicht noch warten auf die Open Beta und, weiß ich nicht, noch vielleicht nicht so sicher sind mit dem Spiel. Und deswegen hab ich gedacht, komm, es ist Weihnachten. Ihr supportet mich auch super immer auf YouTube. Und da hab ich gedacht, hauen wir mal eine, eine Version raus, eine Standard Version. Dann könnt ihr es euch quasi kostenlos testen. Und gegebenenfalls natürlich auch noch upgraden, wenn ihr das möchtet. Holy! Tresorraum ist einer. Fuck off, Alter. Ah ja, ich war jetzt etwas abgelenkt vielleicht. Hast du Tresorraum? Jo. Auch, der war auch am Tresor und looted mich jetzt höchstwahrscheinlich. Der hat irgendwas Schallgedämpftes gehabt. Jo. Dann will ich das Video gar nicht viel länger ziehen. Gebt auf jeden Fall Daumen hoch, wenn ihr die Aktion feiert. Dann wünsche ich euch frohe Weihnachten mit dem Video. Viel Glück euch beim Mitmachen. Wenn ihr mehr wollt, als ich habt, würd gerne an Silvester vielleicht noch mal was raushauen, wenn das Video gut ankommt. Und dann sag ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao! So. So, ich lege jetzt wieder in Gang. So.